Giftkriegerschwert 2, was kannst du dann? Erstmal... Ach du Scheiße. Da ist Ila ja ein Dreck dagegen und wir brauchen weit weniger. 64 Stärke und 53 Geschicklichkeit und es hat einen Sockel. Die Frage ist, will ich Ila's Axt verkaufen oder nicht? Tendenziell ja eher nichts, aber mir geht langsam das Geld für die Munition aus. Vielleicht doch noch mal ins Berserkergebiet looten gehen. Erstmal was essen. Hm. Wir brauchen halt noch mal verdammte 300 Money für die Quest. Wir müssen das jetzt irgendetwas verkaufen. Hm. Das Ding ist halt, wenn ich wüsste, wenn ich wirklich wüsste, dass ich ähm das Zeug, das Schwert nicht benutze oder die Axt nicht benutze. Dann würde ich eine von den beiden verkaufen. Aber ich weiß es halt nicht. Wobei ich wahrscheinlich eher das Schwert benutzen würde, weil Geschicklichkeit brauche ich sowieso auch. Können wir verkaufen Ila's Waffe. Wir werden es wahrscheinlich bereuen, aber komm. Das Schwert ist weit stärker und ich hoffe... Ja, ich könnte es für 6000 kaufen, natürlich. Ähm. Warum auch nicht? 6000, ne? Stolze Summe. Ähm. Damit habe ich auf jeden Fall genug... Ich denke, dass wir was brauchen könnten, aber wir können uns alles nicht leisten gerade. So. Es muss garantiert irgendwo auch eine Anleitung geben, die wir Munition herstellen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm... dich die ganze Zeit Munition kaufen lassen. Und danach müssen wir anscheinend erstmal wieder looten gehen, weil ähm... Ja, wir brauchen Geld. Und ich glaube nicht, dass die Mission zu viel hergibt. Das wäre schon fast zu krass. Da ist er. Okay, ist der Bespiel gerade eben. Wir hören uns gleich wieder. Wir hören uns gleich wieder. Und ich glaube nicht, dass die Zeit ist. Wir hören uns gleich wieder. Jawohl. Wir hören uns gleich wieder. Der ist hier. Ich habe sind jetzt nicht nur die Schlage, das sind wir gebrochen. Und dann ist das, die Schlage. Wir laufen ein neues Schultat. Ich bin bewusst. Das ist das, was wir sehe. Okay, jetzt geht es doch etwas schnell, als ich dachte. Immerhin sind ich hier mehr an Toten, wir schauen mal, ob ich hier noch so etwas finden. Wie lecker, um Gottes Willen. Eine Öllampe, natürlich, warum auch nicht? Warum keine Öllampe hier reinstellen? Ich meine, das hat doch garantiert ihren Sinn hier. Hm. So, ich speichere mal und dann schauen wir noch eine kurze Straße hier an. Weil, wo Fahrzeuge stehen, gibt es meistens auch Loot. Auch Gegner, aber auch Loot. Hm. Schau, dass das Gewehr nicht mehr montiert ist. Geldbeutel, Besen, Trockenfleisch, das soll noch aufnehmbares Klebeband sein, das ich nicht aufnehmen kann. Okay, da. Ne, Elektroschrott, okay. Hm. Das ist jetzt so wieder dieser Punkt von, dieser Posten sieht absolut... Oh Gott. diese Posten sieht absolut nicht verlassen aus, oder nicht so lange verlassen wie verlassen sein sollte. Die Autos sehen aus, als hätten sie... Das hier vielleicht fünf Jahre hier gestanden. Das hier hier schon so 20... 40... 80... Keine Ahnung, ist... 80... 70er Vertrieb, aber... Die Autos sehen halt so aus, als hätten sie unterschiedlich lang hier und die, die vornehina stehen, sind nur am kürzesten da... Das ist halt irgendwie so Oh ja ne jeske Will you kindly stop running? I'm trying to shoot you. Warum ich schlecht den Shooter bin. Ich treff nix. Okay. Okay. Das sieht interessant aus. Und sehr, sehr tödlich. Oh ja, wir sind hier raus, definitiv. Nee, doch hier ist ein Heiltrank, okay. Und Elektroschock, gut. Und da müssen wir raus. Danke. 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 So. Mit dem Leben und dem Ding lege ich mich hier nicht an. Ähm, aber wir können uns Requesten abgeben. Ja, tu das. Definitiv. Tu das. Auf jeden Fall. Du kannst dich wieder auf Banditen fokussieren. Ja, ich auch nicht. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Oh Mann. Okay, wir gehen mal irgendwo hier runter. Oh, Sandy Pines. Stimmt, da waren wir ja auch noch. Sandy Pines hatten wir noch so ein, zwei Begegnungen mit weniger netten Kreaturen offen. Ich habe jetzt einen Tod verpeilten, oder? Ich hatte nur einen Tod und den habe ich gezählt. Ich habe mich vielleicht vorher heilen sollen, aber hier ist ein Lagerfeuer irgendwo. Hm. Duh. 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 So, wir haben nur noch 77 Schuss übrig. Ach du heilige. Okay, irgendwo hier war doch der Typ, der uns angefallen hat. Ja, ich habe ihn gefunden. Geht raus da, du. Ähm. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Es gibt's. Duh. Scheine. Ja, können wir locker tot kommen. Okay, vielleicht doch nicht ganz locker. Jetzt hoffe ich auch, dass hier irgendwas Gutes liegt noch.